In einem Hochsicherheitstrakt bei Dresden. Hinter 24 cm dicken Stahlbetonmauern. Riesige Cannabis-Felder. Nur für den medizinischen Gebrauch. Das soll sich bald ändern. Wir sehen in der Legalisierung eine große Chance für den deutschen Markt. Die einen fiebern daraufhin. Verstehe ich auch nicht, warum die ganze Sache an sich illegal ist. Die anderen warnen. Ich habe meine Jugend irgendwie komplett verschwendet. Was bedeutet es, wenn diese Pflanze das Land erobert? Er darf schon jetzt ganz legal rauchen. Wegen seiner Krankheit bekommt Ruben Beuerle mit medizinischer Erlaubnis Cannabis. Er meint, die Droge hilft ihm im Alltag. Er bekomme seine ADHS-Erkrankung so besser in den Griff. Wenn ich nicht konsumiere, fällt es mir sehr schwierig. Da lenkt mich eine Biene ab. Aber sonst ist alles ein bisschen verstreut und wirr. Und irgendwie voll viel, wo einen rasselt auf einen. Und wenn ich THC im System drin habe, merkt man auch jetzt gerade, ich kann mich wunderbar fokussieren. Ich kann sehr wohl performen. Er setzt sich für die Legalisierung ein, will, dass alle die Möglichkeit haben, Cannabis zu rauchen. Das geht verantwortungsvoll, sagt er. Ich kann ja auch verantwortungsvoll am Abend nach der Arbeit, nach der getanen Arbeit, so machen das ja auch die meisten Leute dann, einen Joint anstelle eines Feierabendsbiers nehmen. Ganz anders sieht es dieser Mann. Wir nennen ihn Peter Schmidt. Er war jahrelang in der Drogenszene als Konsument und Dealer aktiv. Möchte zu seinem Schutz nicht erkannt werden. 16 Jahre hat die Cannabis-Sucht sein Leben bestimmt. Und alles fing an diesem Industriegelände an. Wir haben hier viel Scheiße gebaut in der Clique. Geraucht, getrunken, mit 13, 14 dann das erste Mal Cannabis geraucht. Das war lustig und cool. Dann habe ich auch gedealt und mit 16 hatte ich dann meine erste Hausdurchsuchung gehabt, wo man dann schon erst mal geschockt war, als um 12 Uhr nachts bei meinen Eltern drei Polizisten standen. Aber auch das kann seine Sucht nach Cannabis nicht stoppen. Er rutscht immer weiter ab in die Szene, dealt bald mit verschiedenen Drogen in großen Mengen, wie er uns sagt, und nimmt sie schließlich auch. Heute bereut er das. Ich habe meine Jugend irgendwie komplett verschwendet. Ich habe viel in meinem Leben verpasst, Freizeitaktivitäten oder Reisen gehen, mache jetzt den Führerschein wieder und das sind alles so Baustellen. Was ich einfach 10 bis 15 Jahre vor mir hergeschoben habe, weil es mir gleichgültig war durchs Kiffen. Wie Schmidt es schließlich geschafft hat, vom Drogenkonsum loszukommen, werden wir später noch erfahren. Jahrelang rauchte er mehrere Joints am Tag. Doch es geht schon längst nicht mehr nur um den Konsum. Hinter dem Kiffen steckt ein großes Geschäft. Bisher darf in Deutschland nur für Medizinprodukte Cannabis angebaut werden. Aber auch das ist in Dresden beim Unternehmen Demikern bereits eine Tonne im Jahr. Der Staat hat den Anbau begrenzt. Sie könnten und wollen deutlich mehr. Wir sehen in der Legalisierung eine große Chance für den deutschen Markt, der heute schon bestimmt wird durch einen Schwarzmarkt mit einem Volumen von 420 bis 770 Tonnen. Also ein riesiges Volumen, das heute in Deutschland bereits konsumiert wird. Da die Konsumenten zu schützen, entsprechend hochwertig angebautes Cannabis zu sich nehmen zu können, was eben nicht verunreinigt ist. Dabei geht es um das THC. Der Wirkstoff, der Heimacht aufputscht oder beruhigt. Und der sitzt nicht im Blatt, sondern glitzernd auf der Blüte. Fast wie kleine Diamanten. Auch wenn bald jeder in Deutschland Cannabis anbauen darf, das Unternehmen würde im Moment noch nicht profitieren. Die Politik will, dass das Cannabis zuerst woanders angebaut wird. Nämlich bei ihnen. Vereinstreffen beim Cannabis-Social Club Biberach. Geplant ist, Anbauvereinigungen sollen die Droge, die sie anbauen, auch abgeben dürfen. Allerdings nur an Mitglieder mit strengen Vorgaben. Sie selbst nennen sich Social Clubs. Inzwischen gibt es sie in jeder größeren Stadt in Baden-Württemberg. Ruven Beuerle ist Vorstand im Social Club in Biberach. Dort überlegen sie gerade, wie sie ihre Pflanzen anbauen möchten. Zudem müssen die Clubs auch Präventionsbeauftragte bestimmen, die Mitgliedern als Anlaufstelle dienen. Die Vereine sollen also vor ihrem eigenen Stoff warnen. Kann das klappen? Ich finde es schon mal sehr gut, weil ich würde sowieso das Konzept auch bei mehreren Sachen in der Gesellschaft so sehen, dass wenn einer auf den anderen achtet, dass da einfach deutlich mehr geht. Weil erst dann können wir als Verein ja auch sehen, hey, ist das ein problematisches Konsumverhalten? Wie macht er das? Geht es ihm gut währenddessen? Also liegt er in der Ecke oder bleibt er aktiv und redet mit Leuten? Er fände es daher besser, wenn Cannabis auch in den Räumen der Clubs gemeinsam geraucht werden darf. Zurzeit sieht das der Gesetzesentwurf nicht vor. Sie planen in großen Schritten, haben sich mit mehreren Clubs zusammengetan und bereits 1,2 Millionen Euro investiert. Zurück zu Peter Schmidt, der jahrelang Cannabis-abhängig war. Zur Arbeit gehen und regelmäßige Gespräche mit Suchttherapeut Andreas Rutz haben ihm geholfen, die Sucht zu besiegen. Heute ist ihr letztes Treffen. Nach neun Monaten Therapie. Glaubt Rutz, dass sein Job, die Suchtberatung, künftig am gleichen Ort gelingen kann, wo die Droge verkauft wird? Das kann ich mir nicht vorstellen. Den wird es erstmal darum gehen, ihr Zeug anzubauen und zu genießen und zu produzieren. Für sich vor allem. Rutz sagt, es kämen viele Eltern zu ihm, die wegen der Legalisierung Angst um ihre Kinder haben. Denn Cannabis könne vor allem in jungen Jahren zu Depressionen und Psychosen führen. Das Zweite ist natürlich diese Motivationshemmung, dass sie sich in den Alltag auswirkt und sich eine schulische oder berufliche Laufbahn dann zumindest unterbricht oder begrenzt. Und eben tatsächlich bei den Jugendlichen, dass sie nicht in der Lage sind, sich zu entwickeln. Mit diesen Folgen hatte auch Peter Schmidt zu kämpfen. Er sagt, seine alten Kontakte aus der Szene freuen sich schon auf die Legalisierung. Denn sie werde das Geschäft erleichtern und die Verfolgung erschweren. Ein paar merken schon jetzt einen Anstieg im Geschäft. Zum Beispiel Erik Schröter bei seinem Shop in Ulm. Hier werden Materialien verkauft, die seine Kunden wohl auch zum Anbau von Cannabis nutzen könnten. Seit die Bundesregierung konkrete Pläne für die Legalisierung vorgestellt hat, verschickt er über seinen Online-Shop viel mehr Bestellungen. Also wir profitieren ganz klar davon. Ich habe die starke Vermutung, dass die Leute sich halt aktuell sehr stark eindecken, weil es war schon sehr auffällig. Ich sag mal, also an Ostern, als die erste Pressemitteilung von Karl Lauterbach kam, da hatten wir den ersten Peak, also um es in Zahlen zu nennen. Wir hatten halt ungefähr eine Umsatzsteigerung von 300 Prozent. Das Geschäft für Zubehör für Cannabis-Pflanzen ist in Deutschland illegal. Er sagt selbst, er ist hier in einer Grauzone. Doch auch Anbauvereinigungen kommen in seinen Laden. Ob er es mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dass er vermutlich auch Geschäft mit dem Zubehör für die Droge macht? Also ich kann es ganz gut eigentlich vereinbaren, weil meiner Meinung nach ist halt jeder selber verantwortlich. Und ich baue ja nicht die Droge an oder empfehle jemandem, diese Droge anzubauen, denn ich verkaufe die Gerätschaften halt dazu. Und was jemand mit dieser Technik macht, bleibt meiner Meinung nach nachher jedem selbst überlassen. Also ich sag mal, wenn ich ein Autoverkäufer wäre, dann würde ich auch keinem empfehlen, ein Wettrennen zu fahren.